Elisha war ein Prophet im Nordreich Israel. Die Geschichten über ihn sind in der Bibel im Zweite Buch der Könige enthalten, verstreut zwischen zwei Köhn 2 EU und zwei Köhn 14 EU. Somit wirkte Elisha während der Regierungszeit von drei Königen, Joram, Jehu und seinem Sohn Joahas. Er wird auch im Koran in Schur 6 erwähnt und gilt im Islam als der Prophet Ayazah. Dieser Elisha ist nicht zu verwechseln mit Elisha, dem Sohn des Javan, einem Sohn Japhets, dessen Söhne sich auf die Küsten ausbreiteten und zu Völkern wurden in ihren verschiedenen Ländern. Die Küsten Elishas, die Ezechiel in seinem Klagelied über Tyrus überliefert, meinen wohl Zypern oder einen Teil davon. Elias Erbe Elisha gilt in der biblischen Geschichtsschreibung des deuteronomistischen Geschichtswerks als der legitime Nachfolger des Propheten Elia, der die königliche Dynastie der Omriden kritisch begleitete. In der biblischen Erzählung wurde Elisha von Elia nach dem Gottesurteil auf dem Berg Kamel vom Feld geholt und zu seinem Diener und Nachfolger. Bestimmt. Sein eigenes Wirken beginnt jedoch erst mit der wunderbaren Entrückung Elias in den Himmel, deren Zeuge er wurde. Die Erzählung betont, dass Gottesgeist von Elia auf Elisha überging, so dass er zu Wundertaten ähnlich denen des Moses fähig wurde. Doch während Elia ein einsamer Einzelkämpfer gegen den Baalskult und Synkretismus war, der damals in Israel verbreitet war, erscheint Elisha bereits als Haupt von Prophetenschulen, die offenbar an einigen JHWH-Heiligtümern wie Bethel, Gilgal und Jericho existierten. In diesen Kreisen, vermutet die Bibelforschung, sind die Elia- und Elishage-Schichten gesammelt, zusammengestellt und theologisch gedeutet worden. Obwohl sie keine eigenen Prophetenbücher schrieben, gaben sie den späteren klassischen Propheten Amos, Hosea, Mecha, der erste Jesaja bereits wesentliche Elemente ihrer Prophetie vor. Der Wundertäter, ein Hauptstrang der volkstümlichen Elisha-Überlieferung erzählt von Wundern, die die hebräische Bibel sonst von keinem anderen Propheten kennt. Diese waren wohl nicht an eine bestimmte historische Situation gebunden und zeigen legendarischen Charakter, da in ihnen der König die Stadt, ein Mann oder eine Frau, meist ohne Namensnennung erscheinen. Zudem heißt Elisha hier oft nur Mann Gottes, sodass ein Teil dieser Geschichten ihm eventuell später zugeschrieben wurden. Dazu zählen, das Spalten des Jordans durch Elias Mantel, die Heilung einer Quelle von ungesundem Wasser, die Verfluchung einer respektlosen Knabenhorde, die Rettung einer mittellosen Witwe durch wunderbare Ölvermehrung, die Heilung ungenießbaren Essens, die wunderbare Brotvermehrung während einer Hungersnot, die Heilung des aussätzigen syrischen Generals Naaman, das Schwimmenlassen eines im Jordan verlorenen Eisenbeils, die Erweckung des toten Sohnes einer Sanemaitain gehört nur bedingt in diese Reihe, da sie später nochmals aufgegriffen wird. Um den König Israels zur Rückgabe von den Armen geraubten Landbesitzes zu veranlassen. Hier verbinden sich volkstümliche und sozialkritische Prophetentraditionen vor einem erkennbar historischen Hintergrund. Der Anstifter der Jehu-Revolution Das Ansehen der Propheten-Opposition im Nordreich begünstigte eine innenpolitische Entwicklung, die die jahrzehntelange Dynastie der Omriden durch einen blutigen Putsch beendete. Dabei nutzte Elisha die Schwäche Jorams des rechtmäßigen Königs Israels aus. Dieser hatte sich in einer Schlacht gegen den Aramäer Hasael verletzt und verließ das versammelte Heer, um zu genesen. Da ließ Elisha Jorams Herrführer Jehu in Gelehrt nach der Tradition Samuels heimlich mit kostbarem Öl zum neuen König salben. So konnte dieser das Heer auf seine Seite ziehen und rückte aus, um Joram zu stürzen. Er brachte ihn als Vergeltung für den Landraub. Den Jorams Vater Ahab an freien erbberechtigten Bauern Israels begangen hatte um und ließ auch die Königin Mutter Isebel, sämtliche Verwandte der Omri-Dynastie und die Baal-Spriester umbringen. Damit endete im Nordreich die Duldung des Baal-Kultes zur Einbindung der Kanaanäer zugunsten eines radikalen JHWH-Kultes. Gedenktag Evangelisch 14. Juni im Kalender der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika Römisch-Katholisch 14. Juni Orthodox 14. Juni Armenisch 17. Juni Koptisch 14. Juni Siehe auch Liste biblischer Propheten Bekannte Träger des Namens Elisha 15. Juni 15. Juni 15. Juni 15. Juni 15. Juni